wir hatten ja schon die d jetzt haben wir ja angeschissene b taubenkacke glaube ich hinten das ist dann auch wieder pyrotechnik hamburg und ich glaube die können was ich glaube die können was ja das ist noch das ist noch klassische red lantern verarbeitung da habe ich mal gespannt im notfall haben wir vielleicht auch noch mal da war jetzt so die funke waren auf jeden fall lauter dumpf aber zerschnitzelt jetzt noch mal machen naja ist in ordnung kippe so das